Was geht, Freunde, der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rocken. Hey, Engel, you da sexy? Der guckt bestimmt TikTok. Sonst streiten die immer um Peach. Heute geht's um eine Krawatte. Ah! Ain't nobody got time for that! You little shit! Gonna kill you! HALTER! Stop it! HALTER! HALTER! Oh, Mama! Das ist aber ne harte Krawatte, Alter! How about a nice game of... Bring me that ass! Die Krawatte hat die ins ganze Leben gebrochen. Was ist hier? Ey, was ist hier schon wieder los, Alter? Was ist hier? No! Oh, come on! Goddammit! Oh! Oh, oh! Oh, no! Oh Hey stinky give it back at those hat. Oh hell no Jetzt will, Alter, so, das ist eine Kravatte, jetzt will ein Nut haben. Oh mein Gott, wie... Ja, viel Spaß beim Duschen. Ich bin, Alter. Ich bin, Alter. Ich bin, Alter, ich bin, Alter, ich bin. Ich bin, Alter, ich bin, Alter. Ich bin, Alter! Ich bin, Alter, ich bin, Alter. Ich bin, Alter! Will, du, du, shut up! Nein! Lads, die, Cannons! Ja! Game over, Mama. WE WON'T LET THOSE F*****s TAKE THIS LAND! Okay... OH MY GOD! Er hat den Helan-Router eine Bombe angeschlossen, Alter! Ja, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja, sie geistert! Help me! Hmm... Where is that juicy boy? Luigi! Nooooo! Yeah! Mamma mia! Wow... Mario! Tobey! Was? Oh mein Gott, jetzt... Wie können die Angst vor den Geistern, man? Das ist die Mario-Welt, die fahren Mario Kart mit nem Geist. Ja klar, Alter, da lachte. Ja, gut wär nicht. Woh, man, ich hab's mit dem Plumber und was. Detonation in T-minus. 2 Minuten. Oh, shit! Oh, no. No! Was springt da? Was? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ja, wenn er die jetzt nicht bemerkt hat, dann weiß ich auch nicht. Wie soll Rasen mir bitte helfen, dir den Hut abzukriegen? Boah, Alter. Er glänzt sich ja schön auf als die Sonne. Wie kann es sein, dass sie den nicht sehen, weil er ein Geist ist, aber der Schatten ist zu sehen? Was? Was zur Hölle geht ab? Ja, das ist ja grüner als grün. Du Slico-Beanis. Was? Ja, also, okay. Oh nein! Das war's nicht Luigi nackt, sondern Mario. Ähm, nicht Mario, sondern Luigi. Oh, der Kopf. Wo sind das Fenster? Oh, Junge! Ja! Ich umgeh' noch von denen Spreit! Oh, oh. Huh? Der Puss sieht so aus wie dir! Er hat aber recht, es ist halt wirklich das Übliche. Und der Stein braucht eine ganze Reihe. Kau! Kau! Ho, 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 ho! Kau! Kau! Au! Kau! Hello! Oh, hell no. Oh, mein. Oh, Leute, ich will schocken. Naja, hat sie ja voll gelohnt. Hahahaha. Hahahaha. Yeah, Gordi! Boah, der Ziggula, ihr habt Servetten drauf, Alter. Das war eine verrückte Folge, Mann. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. Mit mir in diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.